Das könnte echt cool werden, mit dem Netherstein und dann mit dem Glowstone noch dann. Ja. Glowstone. Glowstone. Kann ich dort waschen? Weil der Raum nach hinten weg noch nicht fertig ist, ne? Da würde ich dieselbe Form draufkriegen wie vorne auch. Ich hab fast gedacht. Oh shit. So, ich hab jetzt mal überall hier in der Höhle Wasser abgestellt. Mhm. Das nervt nämlich dezent. So. Ich würde aber sagen, den Höhleneingang hier lassen wir offen, ne? Weil die Höhle ist abgeriegelt, da kann nichts mehr sein. Ja, muss ich mal gucken. Bei der Höhleneingang mich da echt gerade ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Okay, Moment. Also wir können davon aus nachher wieder aufmachen, aber... Ja, ich hab ihn jetzt mal zugemacht. Mhm. Sehr gut. Welchen Höhleneingang? Ja, ich hab einen Höhleneingang gefunden. Achso. Aber es ist ne ganz kleine Höhle. Ja. Aber hier an die Wand kann man das Portal stellen. Hier. Davor. Ja, hier muss aber dann noch weiter treppentechnisch weiter runter. Ja, ja, das definitiv. Ne Leiter. Was ich jetzt vorhatte, war tatsächlich das Portal mitten in den Raum zu stellen irgendwo. Und den von der Form her nach hinten hin genauso zu machen wie hier vorne. Mit diesen Abstufungen. Ja. Kann man auch machen. Hast du Leitern dabei? Der... Ne, hab ich nicht. Muss ich kurz hochbauen. Wobei ich dann tatsächlich sagen würde... Warte mal, wie viel... Warte mal, wir müssen ja quasi... Auch mal, so wie das jetzt bei uns... So wie das fertig wäre. Ah, der Benni ist das Dingshaus am Weiterbauen. Äh, brauche ich für ne Leitern... Brauche ich da ne Workbench? Ne, du brauchst gar keine Leitern machen. Ne, klar. Brauchst keine Leitern. Brauchst keine Leitern. Dann nochmal. Äh, warte. Sozusagen aus Stöcken. So rein von der CPU her. Äh, ja. Na klar. Du musst die Stöcke quasi wie so ein Haar an... Äh, äh... In der Workbench machen. So, ähm... Ich muss mal ganz viel Scheiß loswerden. Ja. Ich baue vorsichtshalber trotzdem mal Leitern. Was wir haben, haben wir. Das stimmt. Mein Gott, was wir hier alles mittlerweile bauen können. So, Sand schleppe ich auch schon ewig mit mir rum. Genauso wie Glas. Glas könnte ich gebrauchen. Ja, hab ich jetzt mal in die Kiste gepackt. Jo. So, achso. Äh, ich brauche noch ein paar Stufen. Hast du noch welche, Mario? Ja, Moment. Wenn nicht, kann ich mir doch kurz selber welche machen. Ne, ich hab noch. Ich brauche auch keine machen, ne? Nick? Hm? Meinst du die hier? Achso, ja, perfekt. Ach Gott, du hast einen ganzen Stack dabei. Ja, von der Truhe. Kann mir jemand noch Sticks zuwerfen? Zwei Stück. Kann ich machen. Warte. Zwei Sticks brauche ich nur. Danke. Ich hab mal 24 Leitern. Ich brenne übrigens nochmal Eisen. Mhm. Zehn Stück. Mo. Mo. Sizzleck. Yo. Headcanon burning Mo. Ja. Get on burning Mo. Ja. Genau, ich hätt gern burning Mo. So, ich bin sofort wieder, äh, wieder da. Ich will nur mal gerade gucken, wann's Essen gibt. Ja. Ach, guck mal, hallo, Giat. Hallo. Hm, shit, was ist denn hier los? Hm, shit, was ist denn hier los? Ah, Mist. Ah, Mist. So, sehr schön. Dann kann er nämlich... Ja doch, das passt. Ist aber scheiße, dass da jetzt so ne Hülle im Weg ist. Ich glaub wir müssen da doch erst aufräumen. Die ist ne Hülle im Weg. Ja, da unten ist ne Hülle. Die muss da erst weg. Das ist ein interessanter Inhalt. Weil, äh, die Mobs springen mir da auf den Kopf, wenn ich da jetzt weiter bullel. Da hab ich nicht so Bock drauf irgendwie. Ne? Ne. Gar nicht versteht. Warum bin ich? Ne. 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 Wir müssen wegnehmen. Immer wegnehmen. Det ist los regionen. Da unten steht ein Flützelpimmel. Da unten steht ein Flützelpimmel. Da bin ich wieder. Ich höre hier ein Zombie. Da unten steht ein Flützelpimmel. Wo? Unten ein Skelett. Ja, wo denn? Rechts, Mario, rechts. Ja, ein Flützelpimmel habe ich. Also, Mario, wir müssen in der Höhle, die du gefunden hast, erstmal aufräumen, weil unser Raum geht da mitten rein. Hau ab, du. Ist das Skelett auch tot? Nein. Da kümmere ich mich jetzt drum. Ich muss erst was essen. Heißt auf gut Deutsch, rein da, wegsensen, ausleuchten und so weiter drin zubauen, damit wir den Raum machen können. Ja, wo ist denn das Skelett? Der war da irgendwo. Es kann auch sein, dass der verbrannt ist. So, der Nix sagte, rein da, wegsensen. Genau, rein in die Höhle, alles wegklatschen, ausleuchten und dann müssen wir eben den Raum dort irgendwie so weit abgrenzen, dass das passt. Ich hab, äh, ja, ich hab Fackeln. Gibst du mir ein paar? Ja, bitte. Danke. Oh, das klingt gesund da unten. Mhm, total. Also, ich hab, wo Cobblestone zugebaut ist, können wir theoretisch in die Höhle reingehen. Ich hätt das Skelett gefunden, es ist im Wasser. Da ist offen. Meinst du, das kriegen wir hin? Warte mal. Ja, ich lass den Zombie jetzt zu mir kommen. Komm her. Au! Ja, warte mal. Ich geh mal mit Licht voran. Ja, 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 komm. Ist gut, scheiß Vieh. Moment. Kurz was futtern. Oh, da stehen direkt zwei. Oh, shit. Geht's, kommst du klar? Scheiße, ich komm mir. Ja, ja. Äh, ich komm, klar, passt schon. So, weggesetzt. Genau, und jetzt muss ich halt noch... Ah! Wow! Ja? Wow! Alter, war das knapp, ey! Alter! Alter! Junge, das war... Oh! Ich sorg' erst mal dafür, dass da unten kein Wasser mehr reinläuft, ne? Ja, mach mal. So, fließt jetzt langsam ab. Creeper! Ja, komm, komm, geh kaputt! Danke! Jetzt komm' ich nämlich an das Eisen ran. Ganz artig. Soll ich das jetzt auch lieber mal... Wow! Da steht einer. Mit Hötzeln, oh, du bumm! Nix passiert. Ja, wir nutzen... Also jetzt zumindest nicht. Ja, wir nutzen die Creeper gerade ein bisschen aus, um das Eisen wegzusprechen. Der Bösen, ihr. Was denn? Die soll mal was tun. Die soll mal für ihr Dasein auch was tun, also... So, ich würde jetzt prinzipiell sagen... Ähm... So, warte mal. Also hier gehen wir quasi dann gerade... Ja, wobei, dann muss ich gucken, dass ich auf der anderen Seite auch rauskomme. Ja, wobei, ich kann einfach abzählen. Ne, wobei, warte mal. Wie breit muss das in der... Das... Das Portal sein? Doch, das passt. So. Ähm... Höhle ist sauber. Sehr gut. Aber ich nehme noch die Kohle mit, die hier drin ist. Mhm. Fledermaus, Fledermaus, komm her. Komm her, ich mach dich platt. Äh... Komm, du kommst doch nicht weit. Fledermaus, down. Ja. Ein Mario freut sich. Klar. Kannst hier hinten rein. Fledermaus, down. Da. Da. Da kommst du rein. So, warte mal, wie viel darf ich denn jetzt hier. Also, eins, zwei, drei. Soll über der nächsten, also die nächste Enderman, glaube ich. Das ist gar nicht so leicht, hier abzustecken irgendwie. Nee. Aber ich hab Kohle gefunden, danke. Soll da wieder ein Holzdach rüber? Über die nächste Etage im Haus, oder? Kannst du machen, wie du möchtest. Ich würd das Haus nicht zu hoch bauen, irgendwie. Ich mach, ich mach jetzt nur die zweite Etage. So, warte mal, jetzt brauch ich ne Orientierung. Wo sind wir denn hier? Ich bring mal grad Zeug weg. Also, wir müssten doch jetzt eigentlich theoretisch, warte mal. Wie viel haben wir da frei? Ich geh mal, äh, bei den Schafen und so, äh, geh ich mal Babys machen. Mach das. Wir haben keinen Weizen mehr, müsste ich ernten. Ja, müsstest du machen, äh, noch mehr kannst du ja auch machen. Doch, passt soweit, wie ich das jetzt sehe. Gut, dann, warte mal. Äh, Schafe und Kühe nehmen Weizen, ne? Ja, Schweine nehmen Karotten. Ja. Gut. Ja. Kann ich eigentlich hier so ne Plattform auch nach außen vergrößern? Geht das irgendwie? Äh, ich weiß jetzt gerade nicht hundertprozentig, was du meinst. Sagen wir, ich steh oben auf nem Stein. Dass ich den nach außen hin vergrößern kann. Indem ich da steine dran setze. Wie? Du kannst, äh, Shift gedrückt halten, dann bis zur, bis ganz zum Rand laufen. Mit Shift gedrückt kannst du nicht runterfallen. Und dann kannst du die Steine dran setzen. Ah. Du musst halt die richtige Seite erwischen. Okay, alles klar. Ich habe das, bis hier drittend. Vielen Dank.